Das ist ein Bibi, da seid ihr ja. Ich wollte mich entschuldigen, wir haben den Hauptstück der Rebellenarmee nach Habana gelassen und jetzt ist die ganze Stadt ein Kriegsgebiet. Wir wollen verhindern, dass wir ihnen noch mehr Rebellengruppen anschließen. Was ist denn Bibi? Bibi? Bibi. Bibi! Bibi! Die Soldaten der Führerarmee werden ihr Leben für den Schutz dieses Landes einsetzen. Das ist unsere geliebte Heimat. Oh. Du bist verletzt, das musst du behandeln lassen. Bibi, überlass das mir. Ja, bitte. Tut mir leid, ich bin ein ganz durcher Mama. Was ist denn los, Bibi? Bibi. Der Mann, der gestorben ist, der war ein Freund, der mit Corsa und mir gespielt hat, als wir noch Kinder waren. Bibi. Gibt es? Nami. Anni. Ich bin Libi. Ich hatte mich richtig ins Zeug gelegt, damit Leute nicht so sterben müssen und alle, die schützen, die in diesem Land leben, für mein liebtes Alabaster. Die Rebellen sind mir wichtig, die alle lieben, aber Crocodile hat mich dazu gebracht, sich gegenseitig wehzutun. Ich muss dafür sorgen, dass die Kämpfe aufhören, vielleicht schaffe ich das noch, selbst wenn es mich jetzt nicht das Leben kostet. Bibi, ruhig dich, Bibi, zuerst müssen wir die Lage genau einschätzen. Nami, wenn ich nicht weiß, irgendwas unternehme, könnten Leute sterben.